Neue Folge, neuer Aufnahme, neues Glück und während mein Steam hier irgendwie noch alle möglichen Programme updatet und da hinten ein Wächter auf mich zukommt, würde ich hier völlig offensichtlich auf dem Flur stehen. Wann habe ich denn hier ein Savegame gemacht? Warum ist denn meine Mausempfälligkeit so niedrig? Warte mal. Ich habe nichts verändert. Also seit der letzten Aufnahme möchte ich übrigens mal behaupten und wie Mausempfälligkeit sagst du? Warum ist denn das hier so wie es ist? Ist das jetzt gleich? Hm. Okay, ich habe irgendwie die Mausempfälligkeit anders in Erinnerung. So, äh, ja, ich warte, also es ist leicht verspätet, sorry. Und so, bla bla bla, generell und überhaupt. Oh, es war gar nicht so gut, dass ich mich gerade unsichtbar gemacht habe, oder? Weil das war eine... Ich habe gar nicht so viele Energiezellen. Warum habe ich denn hier ein Savegame gesetzt? Also mal schauen, ob ich mich selber wundern. Alles, alles gar kein Problem. So eine Stühle sind echt gemütlich. Äh, und ich muss niesteln. Und dabei husten. Geil. Was, ich kann keine MP-Granate mitnehmen? Warum das denn nicht? Aber wie brauche ich noch? Äh, was habe ich letztes Mal gesagt? Die Splitter-Mine fliegt als erstes raus? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich irgendwie sowas verlauten lassen. Deswegen wird das jetzt zur Realität. Äh, wow. Äh, ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Bla 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 bla. Das interessiert mich gerade nicht. Ich bin, mir ist irgendwie gerade nicht nach Lesen und auch vor allem nicht nach Vorlesen. Das mache ich es nicht. So, ich würde vielleicht hier nicht rumrennen, der letzte Klaus. Ach Gott, was ich gerade sagen wollte. Ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander. Ich, ich, äh, Borderlands ist rausgekommen. Ich habe die ersten Aufnahmen gemacht. Und irgendwie ist, äh, habe ich gerade gar keine Lust auf andere Aufnahmen. Aber ich möchte natürlich meine unglaublich vielen treuen Fans nicht enttäuschen. Ich muss natürlich noch andere Spiele aufnehmen. Auch wenn die Borderlands-Aufnahme mir fast wichtiger ist. Na komm, Junge, rand vorbei. Ja, wie dem auch sei, äh, natürlich versuche ich mich jetzt hier in Deutsch-Experien mein Mögliches zu geben. Ah, na. Ich habe mich in Borderlands so viele Leute erschossen, habe ich hier jetzt wieder Gnade behalten zu lassen und niemanden zu töten. Und PDA. Hochinteressant. Neues Passwort. Sicherheits-Hubs-Geschäftsleitung. Mh, bla bla bla. Pangutüm. Also was die immer für geile Passwörter haben. Sag mal, wann, wann die beim Lehrgang für Passwörterstellung, dass man... Oh, scheiße. Kann ich direkt laden? Na, verdammt. Ich war zu langsam. Ja, ich bin halt noch ein bisschen raus, was das Schleichen angeht. Mit den ganzen Kameras. Das tut mir auch sehr leid. Ja, da oben für einen komischen Notausschalter am Kopf. Kann ich den irgendwie ziehen? Kann ich den hier irgendwie... ...drehen? Ich würde den gerne auf den Rücken drehen. Hallo? Ich bin mir gerade so aufgefallen, der hat irgendwie so einen Knopf auf den Rücken. Kann der den Helm gar nicht selber absetzen? Und da Schwierigkeiten? Interessant. Achso, da fällt mir gerade ein, ich könnte auf jeden Fall mal die Gasgranate hier in die Minenmatrix einsetzen. Kombinieren mit... Jetzt haben wir nämlich eine Gasmine. Gasminen sind toll. Achso, das hatte ich ja schon, das Buch. Und hier gab es ja nicht. Meine Waffen und Ausrüstung brauche ich hier wahrscheinlich nicht erwarten in der Geschäftslobby. Das ist eher unwahrscheinlich, dass wir hier solche Art Ausrüstung zu finden und schaffen. Ist das hier der Sicherheitshub? Höhö. Dafür bezahlst du! Was? Ich möchte nicht bezahlen. Ich bin hier umsonst. Umsonst Kultur und so. Niemand kann mich aufhören, aber die Tür ist ein Questpunkt. Das heißt, er speichert dann ab. Mann. Viel zu unvorsichtig. Okay, erst den Typen ausschalten, also rüberschleichen nochmal und danach alle Computer hacken. Und danach irgendwelche automatischen Geschütze ausschalten. Wäre vielleicht auch ganz sinnig. Ah, der Typ macht seine Arbeit auf jeden Fall gründlich. Er hat mich ja letztens auch nicht gesehen, obwohl ich hier relativ offensichtlich an der Ecke stehe. Also so kann er auch nicht sein. Wie sieht das total lächerlich aus mit der kleinen Miniatur-Pistole, die ich in der Hand habe. Jetzt aber. Hallo. Er hat keinen Mikro-Schalter auf. Ist dein Rücken. So ein komisches anderes Ding. Ach, ich bin ja so eine warmherzige Säge. So, zack, haben wir gelesen. Ja, ich habe das gelesen. Ich bin schnell... Mann, jetzt. Diese Kamera. Echt ärgerlich. Jetzt aber. Was ist das hier? Warum haben wir denn... Achso, es ist eine Kühlschränke. Achso. Na gut, das macht Sinn. Mir stippt schon wieder die Stimme weg. Das habe ich seit gestern. Guck mal hier noch. Achso. Feuerlöscher. Ich hoffe, die Kamera sieht mich nicht. Bla, bla, bla. Wir haben in den letzten Jahren unsere Präsenz in mehreren zentralen Märkten erfolgreich gesteigert. Besonders in Schwarzafrika und Lateinamerika, wo wir vor ein paar Jahren noch fast völlig unbekannt waren. Aber die Zielvorgaben, auf die sie bestehen, sind extrem hoch. Ich denke, wir müssen einen aggressiven Marketingplan verfolgen, wenn wir sie erreichen wollen. Ciao. Stimmt, trotz unserer Bemühungen bleiben uns einige zentrale Märkte weiterhin verschlossen. Und ich bin nicht scharf darauf, Mr. Sao bei unseren nächsten monatlichen Treffen zu erklären, warum das so ist. Wir müssen unsere Taktik besprechen. Ich buche sofort eine Sitzung der Marketingabteilung ein. Bio, wie auch man das sein mag. Übrigens finde ich die Prozessoraktivität und die Netzwerkaktivität von diesen Rechnern echt exorbitant dafür, dass ich gerade nur eine Mail lese. Was macht der Rechner noch im Hintergrund? Ist mir gerade so aufgefallen. Zum ersten Mal überhaupt. Wenn ich schnell an diesen Rechner... Kann ich irgendwie die Kamera ausschalten? Ey. Du siehst mich nicht. Sag ich doch. Bip. Ich mach eigentlich mal was lesen. Neuer Bio-Shop. Oh Gott, das ist so lang die Mail. Warte mal, kann ich die eventuell irgendwie offline lesen? Habe ich die gerade runtergeladen? Ich würde die Mail gerne lesen, aber... Ah. Bitte, ich kann die auch offline lesen. Ich ziehe. Ich mache ja von alles eine Sicherheitskopie. Tang Hie schrieb. Ich habe gerade den neuen Nervenschnittstellen-Protoship erhalten, den das Penthouse geschickt hat. Wo man alles in der Welt hat, sieht das Ding her. Soweit ich beurteilen kann, ist es allem, was unser Forschungsteam bisher produziert haben, um Lichtjahre voraus. Sind sie sicher, dass sie den Chip direkt in die Fertigung schicken wollen, ohne dass sie die Forschungsabteilung ihnen sich zuerst ansieht? Kanji und seine Jungs könnten jede Menge lernen, wenn sie ihn zurückentwickeln. Ja, ja. Die guten Reversed-Engineer. Kommt nicht in Frage. Sie hat mir selbst gesagt, dass nur sie, Hui und die von den ausgewählten Arbeitern in den unteren Fabriken ihren Chip sehen dürfen. Wählen sie ein gutes Team. Es geht hier um einen gewaltigen Eilauftrag für Limp. Wir dürfen uns keine Ausschlussteile erlauben. Ja. Das klingt ja alles schon mal total vertrauenswürdig, nicht wahr? So, trotzdem gab es ja nicht irgendwo mal einen Sicherheitshub-Computer. Ich hätte gerne einen. Aber wenn nicht, dann würde ich hier gerne zumindest ein paar Mails lesen. Äh, warum ist das eine lange Mail? Ich kann die Mails nicht lesen, wenn die immer so lang sind. Jemand weiß nicht am Rechner. Ich muss die mal schnell runterladen, denn... Ey, da. Hä? Ne, das ist die Mail hier. Ist es ohne Reh? Ah. Hey GB, ich hatte gestern Nacht eine spontane Einfahr. Sao will, dass wir die Produktivität der Fabrik verbessern, richtig? Und die meisten, die da unten arbeiten, wollen unbedingt nach oben versetzt werden. Warum versprechen wir also nicht einfach, dass wir den Traum wahr machen? Wir verschicken eine interne Mail zum Beispiel mit Die Chance ihres Lebens! Sie träumen davon, ein neues Leben in Upper Hengstatt zu gewinnen, wo die Luft rein ist und Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen? Tai Yong Medical bietet Ihnen jetzt die Gelegenheit, in Upper Hengstatt zu leben. Jede Abteilung wählt jeden Monat den Mitarbeiter aus, der die Qualitätsstandard von Tai Yong Medical am besten umsetzt. Die Leute kommen dann in einen Lost-Topf, aus dem der glückliche Gewinner gezogen wird, der nach Upper Hengstatt darf. Denken Sie daran, bei Tai Yong Medical werden gute Leistungen belohnt. Wenn wir tatsächlich jemanden gewinnen lassen müssen, was soll's, wir können ja einfach noch ein paar Testobjekte holen, oder? Einfach noch ein... Oh, muss ich nicht verstehen. Hier steht da irgendwo in die Schütze, oder? Ach nee, das ist nur ein Roboter, nee. Kann mir ja nix. Wie lange hier kein Alarmhaus ist, das ist alles schick. Aus China erreichen uns weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Biotens. Ach ja, was machen die denn? Quellen innerhalb des multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich seinen schottischen Konkurrenten N-Pro-Tec aufgekauft hat. Ach, das kennen wir ja schon. Die Aktien von N-Pro waren im Target auch angebrochen. Komischer Name. So. Ach, die Tür ist schon offen. Oh, was haben wir denn hier? Serverraum. Ja, also ich hab's schon in eine Beschreibung geschrieben. Also wenn mich mein Boss hier mal mit ein paar ordentlichen Missionsdetails losgeschickt hat, zum Beispiel Sabotage, hätten wir den kompletten Komplex jetzt schon in die Luft sprengen können. Mit ein bisschen C4 oder... Ach nee, warte, wir haben hier C5 oder so ein Zeug. Ja, oder? Haben wir? Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir was Besseres. Obwohl C5 keinen Sinn macht. Ähm. Dann hätte ich hier mal kurz in den Serverraum in die Luft jagen können. Danach wäre hier Tai-Jung... ...was dem Boss im Hive passiert ist. Hat er wieder jemanden umgelegt? Schlimmer. Stell dir vor, wir stehen gerade im Hive, als so eine Braut anfängt, über die Uniform vom Boss zu lachen. Als hätte sie noch nie jemanden vom Belltower gesehen. Der Boss war sowieso schon sauer wegen der Sache im Capsule Hotel. Also hat er sie einfach nur gar nicht angeschaut. Scheiße, den Blick kenne ich. Tja, aber dann hat der Freund von der Kleinen einen auf dicke Hose gemacht und ist dem Boss blöd gekommen. Und was macht Kahn? Packt die beiden an den Haaren und knallt sie auf die Tresen. BAM! Nichts als Blut und Schrei, Mann. Blut und Schrei. Toll. So, mal sehen wir. Oh, Mann! Ich hasse euch! Na, das kann ich direkt nochmal laden. Ah, verdammt. Ich hätte, glaube ich, erst einen Meter von der Wand weggehen sollen. Wo war ich denn hier? Achso. Na, fünf Meter weg. Weit weg. Okay, es geht, wenn ich schnell genug bin. Oh, stylisch. Und tschüss. So. Damit habe ich die mit nur zwei Mann besetzte Sicherheitszentrale erfolgreich erobert. Ich sehe gerade da oben, da oben war gerade ein Düftungsschacht. Werde ich mir gleich noch näher angucken. Das ist eine Tür zu machen, man muss ja mal ein bisschen Ruhe bewahren. Ah, die haben wenigstens vernünftige Überwachungskameras. Nicht mit... Naja, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Warum liegt denn die Tastatur da hinten? Oder ist das überhaupt eine Tastatur? Es gibt eine Tastatur, die lauter so eine beleuchteten... Also so eine... So eine Bildschirme hat, die... Hatte ich dafür nicht den Code? Ach, egal. Es gibt eine Tastatur, wo jede Taste ein eigenes LCD-Bildschirm ist. Das Problem ist, die ist, glaube ich, von Art Lebedef oder irgendwie so hieß die Firma. Auf jeden Fall kostet die Tastatur 1200 Euro. Also nicht unbedingt das günstigste Ding. Ich hecke das System. Oh, verdammt. Nein! Nein! Verdammt, ich war zu schnell. Egal. Zugangscode. Büro der Geschäftsleitung. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugangscode zum Büro des Vizepräsidenten für geschäftliche Angelegenheiten geändert. Er lautet jetzt 3090. Dieser Code ist bis zum Ende des Monats übrig. Äh, gültig. Warum sage ich denn übrig? Ich habe es heute mit dem Versprechen. Oh, jetzt kommt Jensen. Beruhre dich. Aber es wäre, es ist vor allen Dingen überhaupt nicht laut, wenn man so die Lüftungsschächte mit, mit Stahlgelenken rumkriegt. Ich meine, die sind ja auch nicht irgendwie so aus Metall und sind nicht laut und überhaupt gar nichts. Wo komme ich denn hier raus? Ach so, da, ach, da wäre ich. Den Gang hätte ich ja niemals nehmen können, weil ich ja, äh, jetzt geizig bin für dieses schwere Sachen anheben. Perk. Nun gut, dann ist es halt so. Äh, ja. Intelligentes Kommentar bitte an dieser Stelle einfügen. Ach, das ist hier einfach nur so ein Beobachtungsding. Ist eigentlich hübsch gemacht, das Security, diesem, äh, Büro, muss ich sagen. Also, also gerade diese Fensterscheibe, da gefällt mir sehr. Wenn da nicht so eine dumme Schrift drauf wäre, wäre die wahrscheinlich noch hübscher, aber irgendwo da vorne müsste der Typ mit dem dicken Maschinengewehr gewesen sein. Was haben wir hier eigentlich für Kunst? Was sollen das darstellen? Hä? Sind das irgendwie Prothesen? Es sieht aus wie irgendeine Prothese, aber ich kann die nicht zuordnen. Vor allem mit diesen raushängenden Kabeln sehen die nicht besonders hübsch aus. Ich glaube, das sollen welche Kniegelenke sein. Guck mal. Ach. Das ist dann wahrscheinlich das Büro der Vizepräsidentin. Warum haben die hier eigentlich überall dieses komische Radio an? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Auk. Uch. Beileidsbekundung von was? Öp. Beileidsbekundung von Taiwai- Bitte informieren Sie, Mrs. Saure, dass Ihre Bedenken hinsichtlich der Fähigkeiten von Safe Industries die jüngsten Rückstellungen zu kompensieren, gänzlich unbegründet sind. Mr. Serif gedenkt sein Unternehmen weder jetzt noch in Zukunft an Taijungen Medikets voräußern. Wir möchten Sie und Mrs. Saada höflichst darum bitten, all diese biblücklichen Anfragen umgehend einzustellen. Anna vollzieht sich Mr. Serif eingezwungen, seinerseits entsprechende Schritte einzuladen. Hoorragendvoll Asin Marjulis, Assistentin der Geschäftsleitung Serif Industries. Oh. Tai Deming schrieb, Madame, ich habe eine Antwort erhalten, aber es bleibt alles wie es ist. Möchten Sie, dass ich mit den Aktionären Kontakt aufnehme? Nein, unternehmen Sie nichts. Der Mann ist stur, aber er ist zu knacken. Momentan vertraut er voll und ganz für seine Verbindungen. Diese Idioten an Washington, die seine Forschung finanzieren. Nehmen Sie ihn weg und ergraben Sie Ihr Vertrauen an ihn. Dann bleibt Ihnen gar nichts übrig, als zu verkaufen. Ich melde mich bei Ihnen, wenn die Zeit reif ist. Ah, die wollen also auch Savvy kaufen. Das ist sicherlich eine Information, für die der Boss was zahlen würde. So, ich muss diesen Typen da vorne ausscheinen, das Problem ist, der guckt sich die Tür an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mache am schönsten. Obwohl, ich habe eine Idee, aber das klappt wahrscheinlich nicht. Geil. Er hat übrigens keinen Helm auf, fällt mir gerade auf. Naja, hätte er sich vielleicht vorher aufsetzen sollen, hätte er den Schlag eventuell überlebt. Oh, guck mal, ein PDA und 500 Credits und dumme Stummi, wenn man ihn natürlich nicht brauche, aber... Ach, warte mal, ich kann ja vielleicht eventuell erstmal in den PDA gucken, vielleicht. Sir, Ihr Passwort und Ihr Zugangscode wurden wie gewünscht geändert. Das neue Passwort für Ihren PC lautet, neben Muni. Ihr Zugangscode ist ironfest. PS, wir sind immer noch auf der Suche nach den anderen PDA, den Sie verloren haben. Na gut. Ja, was ich vorhin sagen würde, also, die waren alle nicht beim Firmenlehrgang da mit Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung und so, das... Ich weiß nicht. Vor allem nicht mal Case-Sensiv... Oh Gott. Ihr Postfach nähert sich dem Limit von 2 auf 4. Madame, der Barbesitzer wusste nichts, aber ein Stück Abschauen im Huanghua-Utel war Gespräche. Die Triaden verstecken unseren Freunden den Alice Garden-Pots. Es könnte blutig werden. Haben wir Erlaubnis, alle Mittel einzusetzen? Ja, Erlaubnis erteilt. Er stellt ein Risiko für meine zukünftigen Pläne dar. Finden und eliminieren Sie ihn. Sit, Naharikan schrieb... Achso, Naharikan war der Sicherheitschef. Ah. Statusbericht. Sir, wir haben das Gebäude abgeriegelt, aber der Proband ist entkommen. Wir haben außerdem einen versteckten Raum in den Apartment gefunden und unseren Zugang zu diesem verschafft. Wir warten darauf, dass D-Sec die Hardware hackt. Bis dahin führen wir ein Tür-zu-Tür-Untersuchung der Umgebung durch. Unsere Informationen weisen darauf hin, dass der Proband vielleicht untergetaucht ist. Die örtlichen Triaden könnten eine mögliche neue Informationsquelle sein. Tong, um genauer zu sein. Wir erwarten weitere Befehle. Warum ist ein D-Mail eigentlich von Sao Jung-Ru? Das ist doch meine Zielperson, wenn ich mich recht im Sinne. Nun gut. Der Typ hier schlummert schön auf dem Boden. Eigentlich ein bisschen unklug, dass ich hier keinen umbringe, weil irgendwann wachen die wieder auf und dann ist hier achterbar eine Kamera. Doof. Ähm. Wie komme ich an der am schönsten vorbei? Dann lebe ich einfach auf die Tür hin. Oh, die bewegt sich ein bisschen schneller. Deswegen ist misstrauisch, die Kamera. Dass man die auch nicht mehr hacken kann, wie in der X1. Da kommt man nämlich einfach unter der Kamera. Big Bro Surveillance steht da übrigens drauf. Ja, ich würde diese E-Mail da lesen, aber die hat einen echt kleinen Schwenk gerade ist die Kamera. Wenn ich nicht hacken muss, dann geht es vielleicht. Okay.